Wir sind der AKVorrat. Viele haben mit uns gegen die Vorratsdatenspeicherung gekämpft. Gemeinsam haben wir es geschafft, die anlasslose Überwachung der gesamten Bevölkerung das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung als verfassungswidrig abzuschaffen. Mit 106.067 Unterschriften für unsere Bürgerinitiative und 11.139 Vollmachten für unsere Verfassungsklage haben wir das Menschenrecht auf Privatsphäre eingefordert und wiedergewonnen. Jetzt wollen wir weitermachen und uns um die zweite Forderung unserer Bürgerinitiative kümmern. Wir wollen alle Antiterrorgesetze daraufhin evaluieren lassen, ob sie notwendig, verhältnismäßig und wirksam sind. Im Fokus stehen alle staatlichen Überwachungsinstrumente und Zwangsbefugnisse, deren Grundrechtseingriffe mit dem Kampf gegen Terror und organisierte Kriminalität begründet werden. Das Ziel unseres neuen Projekts ist es, einen detaillierten Handlungskatalog zu erstellen, wie die Evaluierung ablaufen sollte. Also quasi ein Pflichtenheft für die Politik, auf dessen Einhaltung wir pochen werden. Dieser Handlungskatalog soll die Kriterien und Methoden der Evaluierung enthalten und zugleich konkret vorschlagen, welche Überwachungsgesetze und Instrumente evaluiert werden müssen. Wir wollen unter Einbeziehung betroffener Menschen und Unternehmen den effektiven Schutz der Grundrechte in den Vordergrund stellen. Daher ist dieses Projekt nicht nur zum Wohle der Bürger und der Demokratie, sondern es stärkt auch das Vertrauen der Menschen in moderne Technologien und in die Internetwirtschaft, welche darauf aufbaut. Gerade im Internet braucht es wachsame Beobachterinnen und eine Stimme für die Zivilgesellschaft. Wir wollen unsere Arbeit dafür fortsetzen und weiter professionalisieren. Daher reichen wir hiermit einen Antrag für eine Net-Ideeförderung ein. Vergesst nie, Freiheit ist nicht das, was man uns gibt, sondern das, was man uns nicht nehmen darf.